Was feiert man eigentlich am Geburtstag? Dass du ein Jahr älter geworden bist. Eben, was gibt's da zum Feiern? Na, dass du nicht gestorben bist in dem Jahr. Es ist eine scheiß Gegend. Die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer. Das ist Gin Tonic. Gin Tonic ist kein Alkohol. Und warum sind sie dann schon so besoffen? Jetzt hab ich eh schon dreimal bei dir bloßen müssen. Da kannst du dich aber schon mal revanchieren. Ah, Entschuldigung. Was? Du, Andi, danke so schön, was trink ich jetzt nicht mehr. Alles muss man selber machen. Jetzt gibt mir noch eine Chance. Ich hab meine Entscheidung getroffen. Ich bin ganz langsam gefahren. Wissen Sie, ich war früher Spiegelalkoholiker da. Da fährt man immer ganz langsam, dass man die Polizei nicht erwischt. Hab ich schon mal Beileid gesagt? Was? Oh. Weiß ich gar nicht. Entschuldige. Mein Beileid. Du hast mir gar nicht gesagt, dass dein Mann vor Bord da gestorben ist. Ja, ja. Ganz schön schwer gewesen, der Reh. Praktisch ein halber Hirsch. Hast du gebrauchte Ersatzteile? Was ist das? Ein Rechtsanwalt. Wenn Sie so nett sind zu mir, geht's mir noch schlechter. Nett? Nett? Wieso bin ich denn nett? Ich bin doch überhaupt nicht nett. Nett. Mein Ballett. Ballett? Nein. Wollen Sie überhaupt da denn führen sollen? Nein. Nett. 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 Nett.